Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Händers Fußballecke. Heute habe ich ein neues Bundesliga-Trikot-Quiz für euch. Ich zeige euch heute jeweils ein Bundesliga-Trikot und drei verschiedene Hauptsponsoren-Namen dazu und ihr müsst den richtigen Hauptsponsor finden. Wir suchen aber nur die Trikotsponsor für die erste Bundesliga. Dann viel Erfolg! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020